Warum machst du Verion nach? Was, du machst den Bugatti? Nein, ich meine den Typen. Welchen? Verion. Version? Nein, Verion. Kenn ich nicht. Ja, dann ändere das mal. Okay, ich schmeiß Gockel an. Was schmeißt du an? Gockel. Ich gockel das mal. Brauchst du zum Anschmeißen? Stein? Nee, ich hab alles zum Gockeln. Okay, dann ist gut. Ja, okay. Ach, der Typ ist das. Kennst du den doch? Nee, aber ja, ich hab den einmal gesehen. In echt? Ja, natürlich, ich hab das nicht geträumt oder so. Nee, ich meine im Real Life. Ach so, nee. Aha. Aber das war irgendwie auf Trendingem Video oder so. Das ist so ein Bullshit. Ja, das ist so wie deinem Gang, nur beschissener. Ja, genau. Ja. Also warum machst du denn jetzt nach? Du hast doch nicht geantwortet. Doch, eigentlich schon. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Dann kann ich ihn auch nicht nachgemacht haben. Du hast doch gesagt, dass du es mal im Video gesehen hast. Ja, aber ich hab dir trotzdem nicht nachgemacht. Nicht? Nee, ich hab dir das auch früher auf YouTube so gemacht. Also so, wie ich dir das mache. Nee. Ja, aber so ähnlich. Jetzt mach ich halt keine ganzen Storys mehr, sondern nur kurze Sketche. Ja, so kurz wie was anderes, ne? Was? Sa. Ach, nicht schon wieder. Doch, schon wieder. Okay, dann muss ich los.